Es ist zum Verzweifeln. 2040 droht der Schweiz ein Super-GAU oder besser Super-Stau. Es ist Zeit, umzudenken. Zwölf Schweizer Städte und wie man sie in Zukunft verkehrstechnisch entlasten könnte. Sion. Trainer Konstatet schmeißt einfach alle raus. Biel. An ungeraden Tagen fahren die Welschen und an den geraden Tagen alle richtigen Schweizer. Luzern. K-Parkplätze, nur noch auf dem Pilatus und im See. Genf. CERN wird zum U-Bahn-Netz ausgebaut. Aarau. Wer wie schon nach Aarau? Zürich. Alle SUV-Fahrer steigen auf E-Trottis um. Locarno. Cabiroles, nur noch bei Regenwetter. Zug. Jeder darf nur noch maximal drei Autos besitzen. St. Gallen. Die Innenstadt ist nur noch für die Jugendlichen zugelassen. Bern. Jacqueline Bartland schreit die Verkehrsmeldungen. Inakzeptabel. Schaffhausen. Autos waschen, nur noch unter dem Rheinfall. Olten. Einfach untertunneln und Oltenbein versorgen. Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Untertitelung des ZDF, 2020